Hallo Leute und herzlich willkommen zu Heroes and Generals, genau. Ähm, ja, es geht noch nicht ganz los. Wir sind hier schon mal zwei in wieder unserem altbekannten Flugzeug. Wir können auch nächste Runde mal, könnten wir mal versuchen, ähm... Oh nein, die haben auch zwei Flieger. Ähm, wir könnten versuchen, mit dem Sniper ein bisschen was zu machen, denn... Das macht ehrlich gesagt auch Spaß. Aber ja, es gibt halt, ich glaube, es ist sogar die Map, wo es einen geilen Spoint, äh, geilen Dings gibt. Wie sagt man, einen geilen Spot, genau, das wollte ich sagen. Ähm, und da kann man ganz nice Snipern, ehrlich gesagt. So, das ist das da hinten im Haus, dann geht man dann aufs Dach, weil die spawnen dort unten die ganze Zeit. Die checken dann nicht, oder manchmal checken sie dann nicht, von wo du schießt und dann, ja. Kannst du sie alle abschießen. Ist ja nicht eigentlich wirklich Sniper, aber die sind auf jeden Fall cool. Okay, hier sind aber irgendwie keine. Okay, alles klar. Alles klar. Bei der Brücke hier. Scheint auch niemand zu sein. Also, okay, die sind schon hier, okay. Okay, gut, dann drehen wir doch mal. Ich helfe mir hier mal kurz mit der Brücke. So, nochmal drehen. Ist halt schon cool, so mit dem Flugzeug. Oh, oh, Triple. Zack. Oh, so ein, lol, sogar vier. Okay, drei waren einfach nur Bots, naja. Aber ja, auf jeden Fall viel Schaden gemacht. Das war nicht schlecht, dieser Angriff. Oha. Schon stirbt. Ja, aber ich hab ihn geholt. Okay. Okay, gut, wir versuchen jetzt, ähm. Achso, warte mal. Wir müssen so. Können wir, glaube ich, so. Okay, jetzt müssen wir oben hin und dann können wir. Wir sind irgendwie falsche Attack Line. Hä? Check nicht ganz, was das bedeutet jetzt. Na egal, dann spielen wir halt noch mal als Pilot. Ähm, hallo? Nicht mal starten, bitte. Hä? Ah, jetzt plötzlich, Alter. Alter. Hä, was ist da gerade los, Mann? Okay, wir haben auch nur noch 28 Einstiege. Und nicht zu viel Scheiße machen jetzt. Hätte gesagt, wir gehen bei B helfen. Äh, A ist sowieso fast ganz verloren. Äh, das ist da vorne, ne? B. Ich glaube. Ich glaube, bei B hier ist noch einigermaßen was zu reißen. Wobei, bei A3 machen sie jetzt auch wieder Dampf. Also unsere Leute. Hier ist irgendwie wieder niemand. Okay, da unten war jemand. Wenn wir gerade wieder ein paar aufs Mal sehen, können wir wieder von hinten. Okay. Ich sehe ein paar. Oder zwei. Was? Okay, ich habe drei geholt. Aber hä, wer? Oh man, die haben da so ein Fahrzeug oder was? Besuch jetzt nochmal. Kann ich jetzt? Irgendwie. Müsste ich hier oben spawnen. Egal, wir gehen jetzt kurz als Bodentrupp. Und ähm. Vielleicht geht danach Sniper. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach einmal. Da spielen. Spielen. Okay. Seht ihr, da ist zum Beispiel eine Flagg, das ist richtig praktisch, um Flugzeuge abzuschießen. Aber naja, die Maps sowieso. Also in der Stadt ist sie eigentlich praktisch, aber hier außerhalb ist nicht so geil wie mit Flugzeuge. Oh Gott. Alter, ich will die Kumpel aus anderem genug. Alter Scheiße. Oha. Als ob die nicht tot ist. Oha. Oh mein Gott, ihr Meinen hat mir einen Hedgehog gegeben. Das ist eigentlich ziemlich asozial, weil ihr da kämmt. Hier sind einfach viel zu wenig Spieler, die sind alle beim anderen. Okay. Ähm. Vielleicht gelingt es uns, eine Panzerfaust zu nehmen. Und die dann wegzuspringen. Vielleicht. Ganz viel Glück. Hat er jemand geholt? Auf Undercover hier. Oh Gott. Alter. Gab aber gerade kurz Harderly Dampf hier. Und immer eine. Und immer noch hier. Nee. Schade. Hier überhaupt noch irgendwo eine von denen. Boah, ich wäre fast auf die Maustaste gekommen. Ja, die sind einfach weg. Aber gehört der jetzt uns? Ja, der geh... Ah, die sind schon alle weiter von. Ach, okay. Alles klar. Und wie wir das fahren. So. Let's go. Oh Gott. Alter. Ist nun mit dem Gras gerade los gewesen. Was ist denn hier los? Dass hier einfach keine Gegner sind. Ah, das ist schon alles eingenommen. Okay. Ich bin komplett lost. Äh, ja. Dann fahren wir hier mal ein bisschen weiter durch die Prärie. Gehen wir zu unseren Friends. Alter, ist das scheiße, Mann. Frag mich gerade, ob ich mich kurz umbringen soll. Naja, vielleicht findet uns hier jemand. Und ich glaube nicht. Huch. So, mach. Ah, jetzt geht's. Okay. Ah, jetzt hätten wir besser noch... Ah, okay. Boah, scheiße. Oh, Diga. Komplett weggerammt. Oh Gott, oh Gott. Ich kann da nicht weiter rüber. Hallo? Hilfe. Lässt mich einfach alleine. Ja, was... Wahrscheinlich von wo denn, hä? Okay, alles klar. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt diesen Punkt, Alter. Alter, was geht hier ab? Halt, Schatz. Alter, oh mein Gott. Der tut hier. Halt, ich hab nix gesehen wegen diesem Blatt. Habt ihr das auch gesehen? Oder eben nicht? Mein Gott. Als ob wir hier alles verlieren. So schlecht sind wir doch eigentlich gar nicht. Oh, wo ist der hin? Einer weniger. Glauben, wir haben hier wieder gecleared. Einigermaßen zumindest. Gut, Achtung. Scheiße, Alter. Okay, der geht rein. Die müssen das jetzt einfach regeln. Oh, Alter. Oh, war... Ja, mein, alles klar. Mann, ist das abfuck, ey. Hallo? Wollt ihr mich verarschen, halt? Nein, ich wollte nicht. Oh, zum Glück. Kann man hier nicht mehr spawnen, als Flieger? Hallo? Das kann doch nicht sein, halt. Oh mein Gott. Hey, was... Hä? Hä? Ich check's nicht, Alter. Na ja. Jetzt geht's zu mir. Alter, wie viele Flugzeuge das hier hat. Okay, ähm... Oh, tut mir leid. Mann, genau das meine ich, eben, weil es das zu behindert. Zum Bomben. Bomben. Als ob das nicht meiner war. Okay, alles klar. Sie haben es 0% genug, starke Leistung auf jeden Fall. Nein, Spaß. Sei halt ernst. Weil... Wir müssen jetzt einfach voller Höhre hier rein. Jawoll, Alter. Verändert, Alter. Ähm... So. Oh, scheiße, Alter. Nein. Naja, okay. Heute und... Das letzte Mal war nicht so unser Lauf. Hoffentlich das nächste Mal. Denn das war mit Heroes and Generals. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, is it what do you see? As it twists the tiles beneath our feet? What do you see? Oh, is it 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 what do you see?